Oh warte mal, Telefon klingelt. Telefon klingelt gerade, Moment. Hallo? Ja? Ah, Lufthansa. Nee, 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 ich flieg nur privat. Ah, sie gucken grad meinen Stream, okay. Ja, nee, nee, ich flieg nur privat. Ah, sie könnten mich auch nicht bezahlen. Aber reinzappen können sie mal, ne? Hatte. War nur Lufthansa. Die wollten, die haben gesehen, dass ich gut fliegen kann. Ich finde das Gameplay-technisch auf jeden Fall mega nice. Was geht mit ihr? Das bringt mich echt um. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Punkt, wo wir jetzt hingehen. So, mir wurde gerade gesagt... Mit deinem Fahrzeug folgst du am besten der Schotterstraße von der Insel bis zur Teufelskabelung und fährst dann immer der Nase nach, ganz wie's dir beliebt. Viel Glück, der Beauty. Ich meld mich wieder, wenn ich mehr weiß. Dutch out. Nice. Alter. Jetzt kommt's auf. Oh shit. Sowas macht Spaß. Lol. Was geht denn da ab? Hä? Was geht da ab? Was ist das denn? For real, Mann? Alles klar. Wow, 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 wow. Okay, merkt euch, nicht zu früh aus dem Helikopter springen. Danke. Ja, ich will dich rekrutieren. Rekrutieren. Junge, bin ich One Punch Man oder was? Ich hab ihn einfach getötet mit einem Faustschlag. Ich wollte doch nur gucken, ob das geht. Bruder, es tut mir so leid. Ich weiße das was. Ich hab ihn gebeten. Roll mit. Ich hab ihn decorative. Bis zum nächsten Mal.